Lasst uns mal über die Deutsche Meisterschaft sprechen. Hallo Leute! Heute gibt es mal wieder seit längerer Zeit ein Hard-Hale-Update. Und zwar mit dem Spezialthema Deutsche Meisterschaft. Natürlich ist keine Deutsche Meisterschaft wie die andere, aber hier gibt es wieder einige Änderungen, über die ich gerne sprechen möchte und einige Fragen sind aufgekommen. Deswegen lasst uns mal über die Deutsche Meisterschaft sprechen. Die Deutsche Meisterschaft findet dort statt, wo sie die letzten Male auch stattgefunden hat, nämlich in Hamburg in den Messehallen Schnellsen. Die Deutsche Meisterschaft findet am 17. und 18. September statt. Samstag und Sonntag natürlich ein Zwei-Tages-Turnier, wie sonst auch. Und eine wichtige und große Änderung gibt es hier, glaube ich, die besprechenswert ist. Und zwar findet die Anmeldung für die Deutsche Meisterschaft diesmal nicht über die drei, sondern über Tourney statt. Und das hat mehrere Gründe, über die ich gerne mit euch sprechen möchte. Zunächst mal, euch ist mit Sicherheit allen T3 bekannt. Das ist ja die Plattform, auf der wir seit ewigen Zeiten alle unsere Turniere ausschreiben. Und dort gibt es nicht nur Herr-der-Ringe-Turniere, sondern auch von vielen anderen Systemen. T3 ist bewährt, alle möglichen Leute sind angemeldet. Und im Grunde ist das ein einfaches, simples System. Man muss noch viel manuell machen. Und es gibt bei T3 halt auch seit vielen Jahren keine Änderungen, keine Updates. Es funktioniert immer nach dem gleichen System. Was natürlich durchaus gut ist. Never change a running system, sagt man ja so. Aber ich glaube, vielleicht ist es doch an der Zeit, mal was zu ändern. Zu T3 gehört das Programm Göpp. Und das ist das Paarungsprogramm. Das werden die meisten von euch wahrscheinlich eher nicht kennen. Die Turnierorganisatoren unter euch werden das kennen. Denn Göpp benutzt man, um die Paarung für ein Turnier festzulegen. Göpp hat sehr viele Einstellungsmöglichkeiten, über die die Paarung funktionieren. Und Göpp ist auch kompatibel mit T3. Man lädt die Teilnehmerliste bei T3 einfach runter, lädt die bei Göpp hoch und so weiter und so fort. Das ist das System, wie wir es bisher immer gemacht haben. Und auch Göpp hat seit vielen Jahren kein Update bekommen, wird mit Sicherheit auch keins mehr bekommen. Also da, ja, das ist in meinen Augen ist es schon so ein bisschen veraltet. Das ist immer noch gut und es funktioniert. Und ich werde das wahrscheinlich für diverse kleinere Turniere auch noch weiterhin benutzen. Aber der technische Fortschritt ist groß und geht schnell. Und gerade für die Deutsche Meisterschaft haben wir vor Jahren schon darüber nachgedacht, ob wir nicht vielleicht eine App schreiben können, die extra für die DM gedacht ist. Allein schon deswegen, um die Ergebnisse einzutragen. Das werden die meisten von euch mit Sicherheit mitbekommen haben. Früher war es immer so, man hat einen kleinen Zettel, den verteidigen wir an die ganzen Tische. Dort dreht man sein Ergebnis ein, dann bringt man sein Ergebnis zum Orga-Tisch und dort wird euer Ergebnis eingetragen. Und das tragen wir dann im Göpp ein. Und wenn alle Ergebnisse eingetragen sind, paaren wir die nächste Runde. Und dann ist es ja auch immer so, dass der Beste, der Erste kämpft gegen den Zweiten und so weiter in der nächsten Runde. So war es bisher. Und jetzt möchte ich gerne mal über Tourney sprechen. Welche Vorteile bringt uns Tourney? Also grundsätzlich muss man erstmal sagen, bevor ich zu den Vorteilen komme, ist es natürlich nervig und anstrengend, sich mit einem neuen Programm, mit einem neuen System auseinanderzusetzen. Man muss sich wieder irgendwo anmelden. Es ist alles auf Englisch. Da gibt es natürlich ein paar Leute, denen das dann nicht ganz so leicht fällt. Und ja, bei T3, das benutzt man schon seit Jahren. Und mit jedem neuen System sich auseinanderzusetzen, ist natürlich immer mal wieder nervig. Aber Tourney hat so viele wirklich coole Funktionen und Vorteile, dass ich gesagt habe, das müssen wir nutzen oder zumindest ausprobieren. Wenn es dann völlig schief geht, dann kann man ja immer noch mal zurück. Aber im Moment sehe ich da sehr, sehr viele große Vorteile. Tourney wurde grundsätzlich für die Arakon gemacht, was ja das größte Turnier der Welt für Mittelerde ist und in England stattfindet. Das werden die meisten von euch wissen. Und Tourney wird, soweit ich weiß, von einem gewissen Andrew, ganz alleine wurde das geschrieben und wird von dem alleine verwaltet. Und Tourney ist eigentlich für Herr der Ringe ausgelegt, aktuell zumindest. Also alle Mechaniken, die da eingebaut sind, sind sinnvoll für unser Herr der Ringe Mittelerde-Tabletop. Und Tourney ist schon durchaus ein bisschen komplexer. Nicht nur für die Teilnehmer, sondern auch für die Turnierorganisation. Es gibt extrem viele einstellbare Sachen. Ganz, ganz viele Sachen muss man vorher eingeben, um das Turnier-Walk erstellen zu können. Das ist bei T3 immer sehr, sehr einfach gewesen. Da hat man praktisch eine kurze Seite ausgewählt mit Datum, Uhrzeit und so weiter und so fort. Preis. Und dann hat man ein paar Sachen eingetragen und schon konnte man das rausdrücken. Und später konnte man alles Mögliche noch nachtragen. Ist bei Tourney auf jeden Fall aufwendiger? Gar keine Frage. Aber dafür ist Tourney auch grundsätzlich, wenn man sich erst einmal ein bisschen reingefuchst hat, in der mobilen Version wie auch an der PC-Version deutlich übersichtlicher. Man kann die speziellen Informationen, die man sucht, einfacher finden. Bei T3 wisst ihr ja, es gibt so zwei Seiten, wo die ganzen Informationen reingepackt werden. Und da musste man sich dann manchmal ein bisschen durchlesen, wo sind denn nochmal die Informationen zu finden, die man eigentlich sucht. Und das ist bei Tourney schon deutlich einfacher. Da möchte ich nochmal über gewisse Fortschritte sprechen, die Tourney bietet und die mich dazu bewogen haben, das System überhaupt zu nutzen. Nämlich erstens das Bezahlsystem. Bei T3 war es früher so, dass wenn man sich angemeldet hatte, hat man die Bezahldaten bekommen, man hat überwiesen. Dann hat der Turnierveranstalter geguckt, oh, da hat ja jemand was überwiesen, dann bestätige ich den mal manuell bei T3. Das funktioniert bei Tourney alles automatisch. Ihr meldet euch an, Ihr habt sofort die Daten, ihr überweist und dann seid ihr automatisch angemeldet. Das heißt, man weiß direkt, wie viele Plätze noch frei sind. Aktuell sind tatsächlich noch Plätze frei. Da gab es auch Problematiken mit der Veröffentlichung des Turniers. Es wurde zu einem anderen Zeitpunkt veröffentlicht, als ich eigentlich geplant hatte. Wie das genau passiert ist, weiß ich auch nicht mehr. Deswegen gab es auch keine Vorankündigungen, sondern einfach Pennier ist es und dann ging es los. Aber trotzdem ist diese Bezahlgeschichte schon gut. Bei T3 wusste man immer nicht, kriege ich noch einen Platz, kriege ich keinen Platz, hat vielleicht schon jemand mir den letzten Platz weggeschnappt, nur weil das noch nicht aktualisiert wurde. Das kann bei Tourney nicht passieren. Das nächste wirklich geile Ding sind die Armeelisten. Früher war es ja so, wir hatten unseren HTL-Armeebogen oder auch den Nordfront-Armeebogen, wo man seine Sachen eintragen konnte. Und noch davor hat man in irgendeinem System auf irgendeiner Word-Datei oder was weiß ich, seine Liste festgehalten, manuell per E-Mail eingeschickt, dann wurde das geprüft und dann auf T3 bestätigt. Tourney hingegen hat ein eigenes System, wo man direkt seine Liste auf der Seite einträgt, keine extra Armeeliste mehr und das System ist relativ flexibel. Man kann trotzdem alle Herr der Ringe, Mittelerde, Armeen direkt auswählen. Einiges wird einem schon abgenommen, es wird nämlich gefragt, wer ist der Armeenanführer, man kann sehen, wie viele Punkte das sind, um zu überprüfen, habe ich das mit den Punkten richtig eingegeben, man kann die Krieger einzeln eingeben und die Truppanführer kann man separat eingeben. Also das ist schon sehr komfortabel. Es rechnet eigentlich alles perfekt aus oder weist einen auf Fehler hin, die man gemacht hat, aber es ist schon deutlich einfacher, seine Liste dort einzugeben. Und dann kann die Turnierorganisation hinterher schauen, habt ihr eure Armeelliste abgegeben, habt ihr beide Armeellisten abgegeben, kann die Armeelliste nochmal überprüfen und das ist natürlich für die Turnierorganisation viel, viel einfacher, das zu überprüfen, kann dann direkt den Turnier bestätigen, dass ihr alles richtig gemacht habt oder kann sagen, nein, hier ist noch ein Fehler, kann ein Kommentar hinzufügen und euch darum bitten, die Turnierliste dann nochmal zu korrigieren. Und das findet natürlich alles in dem einen Programm statt, es ist schon für alle Beteiligten extrem komfortabel. Der vermutlich geilste Vorteil ist, dass man als Turnierorganisation auf dem Turnier die Runde startet, dann sieht man direkt in dem System und für gewöhnlich lockt man sich direkt per Handy ein und sieht dann auf dem Handy, gegen wen spiele ich, an welchem Tisch spiele ich und man sieht, gegen welche Armee man spielt. So braucht man nicht mehr nach vorne zur Turnierorganisation gehen oder wir werfen das an den Beamer ran, also wahrscheinlich wird man das trotzdem immer noch tun. Nachdem alle ihre Ergebnisse eingetragen haben, sieht man dann und die neuen Runden gepaart sind, egal wo man ist, kann man das halt sehen. Egal, ob man gerade in der Pause essen ist oder ob man gerade beim Auto ist, sich was holt, ob man draußen eine rauchen ist oder ob man drinnen auf das nächste Spiel wartet oder vielleicht bei einem Zwei-Tages-Turnier schon zu Hause im Hotel ist. Das ist natürlich extrem praktisch. Vor allem, dass man nicht nur den Tisch einsehen kann, wo man spielt, sondern dass man auch die Gegner Schramme ansehen kann. Finde ich extrem gut. Und das kann man natürlich auch zu jedem Zeitpunkt sehen. Das heißt, es ist nicht mehr nötig, ein ausgedrucktes Blatt Papier mitzubringen, wo die Liste draufsteht. Das haben ja eh immer viele verpeilt nicht gemacht, sondern man hat das dann immer direkt online in der App. Finde ich extrem praktisch. Und man kann sich nicht vertun, denn das ist die Liste, mit der sich der Gegner angemeldet hat und die von der TO bestätigt ist. Also Zweifelsfall die richtige Liste und man kann anhand dieser Liste sogar die gegnerische Liste überprüfen, was da auf dem Feld steht, ob er auch wirklich das Richtige aufgestellt hat. Das nächste sind die Eingabe der Turnierergebnisse. Das heißt, nach dem Spiel gibt man das Turnierergebnis direkt auf sein Handy ein, bestätigt, überprüft nochmal doppelt, man wird auch nochmal darauf hingewiesen, dass man diese doppelte Eingabe nochmal überprüfen soll, dann bestätigt man das Ergebnis und dann wird bei dem Gegner freigeschaltet, der das halt später eingibt, wird dann das eingegebene Ergebnis angezeigt und er braucht das praktisch nur noch bestätigen. Das ist natürlich eine Sache, man braucht keine Zettelwirtschaft mehr machen, damit Unterschrift und so weiter und so fort und die Turnierorganisation braucht diese Ergebnisse nicht mehr händisch und manuell in das System eingeben. Das ist ein extrem großer Vorteil in meinen Augen. Natürlich ist der Vorteil größer für die Turnierorganisation, weil die sich ordentlich Arbeit sparen, aber das ist natürlich auch ein Vorteil für alle anderen, denn sobald das letzte Ergebnis eingetragen ist, kann die Turnierorganisation, nachdem sie vielleicht nochmal kurz geprüft hat, direkt die nächste Runde freischalten und so sparen natürlich alle eine Menge Zeit. Außerdem kann die Turnierorganisation sehr übersichtlich und schnell sehen, wer denn mit seiner Eingabe noch fehlt. Extrem praktisch, extrem gut und wirklich sehr, sehr zeitsparend und die Fehleranfälligkeit für das System ist auch minimal in meinen Augen. Minimal. Vorher hat man für 100 Teilnehmer, die 6 Spiele gespielt haben, praktisch 1200 Eingaben über das ganze Turnier gemacht und dass da mal ein Fehler passiert, ist ja nicht unwahrscheinlich. Wenn er dann natürlich nachträglich noch auffliegt und man noch irgendwas korrigieren muss, ist das doppelt ärgerlich. Also nicht, dass er auffliegt, aber wenn man das nachträglich korrigieren muss und sich dann womöglich noch Paarungen geändert hätten, das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Und das kann hier dann natürlich nicht mehr passieren. Die nächste praktische Neuerung und technisches Feature bei Tourney sind Votings. Wir können diverse Votings direkt über die App machen, zum Beispiel für Best Painted oder für den nettesten Spieler oder auch viele andere Sachen und ich werde dieses Voting auf jeden Fall nutzen für einige Sachen, die dann noch sind. Auch Sachen, wo ich sage, okay, wie machen wir das jetzt am besten und dann kann ich theoretisch schon zwei, drei, vier Wochen vor dem Turnier ein Voting raushauen, wo ihr entscheiden könnt, wie wir das auf der DM machen und was euch am besten gefällt. So viel zu Tourney. Deswegen bitte ich euch, seid nicht zu sehr frustriert, wenn das irgendwie nicht mal so einfach alles zu finden ist oder funktioniert. Setzt euch gerne in Ruhe damit auseinander. Ich glaube, dass uns das für die Zukunft sehr, sehr viel helfen kann. Wobei ich auch noch sehe, dass wir T3 und Göpp nicht völlig absägen, sondern das immer noch für kleinere Turniere nutzen werden. Weiterhin möchte ich gerne das Ranking, was wir ja praktisch jahrelang bei T3 gepflegt haben, auch nicht einfach absägen, sondern alle Turnierteilnehmer können sich parallel bei T3 anmelden und ich würde gerne nachträglich noch alle Ergebnisse bei T3 eintragen und so können auf T3 alle ihr Ranking bekommen. Wobei wir langfristig gemeinsam auch auf Tourney unser Ranking bilden können und man so sieht, wer hat wo gewonnen und vielleicht verzichtet man dann langfristig darauf, alle Daten nochmal extra bei T3 einzugeben. Ich habe auch dieses Turnier bei T3 ausgeschrieben, alle grundlegenden Daten sind da, der Link zu Tourney ist da, also fahre ich da aktuell auch noch so ein bisschen zweigleisig. Die nächste krasse Neuerung für die Deutsche Meisterschaft ist das System zur Auswahl der Armee und zur Auswahl des Szenarios. Seit Jahren, seit Ewigkeiten schon immer gefühlt ist der Standard auf Turnieren in Deutschland, dass am Anfang der Partie gewürfelt wird und wer das Würfelergebnis gewonnen hat, sucht seine Armee beziehungsweise die des Gegners aus. Wir sind in Deutschland ja schön thematisch unterwegs und das gefällt mir auch sehr und ich versuche diesen Spirit auch auf der Deutschen Meisterschaft aufrecht zu erhalten und auch wenn es ein riesengroßes und auch kompetitives Turnier ist, möchte ich gerne den Fokus auf Spaß und Thematik halten. Und deswegen gibt es auch dieses Mal wieder zwei Armeen als Pflicht, eine gute und eine böse Armee, um ein Böse gegen Böse oder Gut gegen Gutspiel zu vermeiden. Und der Vorteil, den ein Spieler sich erarbeitet, wenn er die Auswahl der Armee hat, ist schon immer sehr, sehr groß gewesen. Manchmal passiert das auch, dass je nachdem, welches Szenario gespielt wird, das schon fast ein Auto-Win ist und es für den anderen Spieler sehr, sehr schwer ist, da noch irgendwie gegen zu halten. Wir haben ja nun den Matchplay-Guide seit einiger Zeit von Games Workshop bekommen, wo die Szenarien alle punktemäßig recht gut ausgeglichen sind und wir sechs Pools mit jeweils drei Szenarien haben. Das heißt, man kann wunderbar immer einen Pool auswürfeln. Innerhalb des Pools sind die drei Szenarien ähnlich. Also es geht zum Beispiel darum, dass man Kills macht beziehungsweise um Anführer-Kills oder es geht um Mobilität oder Marker halten oder irgendwie sowas. Das sind ja so die Pools, die da sind. Nun habe ich mir folgendes System einfallen lassen, das auch mit ein paar Leuten besprochen und auf dem Turnier, welches kürzlich in Hamburg war, auch testen können. Und zwar funktioniert es wie folgt und ich möchte damit den Vorteil, den der Spieler hat, der die Armee aussucht, ein bisschen auskontern. Also es gleicht das in meinen Augen nicht ganz aus, aber es ist schon ein gewisser Ausgleich. Und zwar haben wir die sechs Pools auf der Deutschen Meisterschaft und wir haben aus jedem Pool ein Szenario rausgenommen, was vielleicht ja nicht so super ist. So konnten wir zumindest von drei Szenarien immer schon mal eins eliminieren, was irgendwie nicht so ja, turniertauglich ist, nicht so viel Spaß macht oder ein bisschen unausgeglichen ist oder wie auch immer. Und das Verfahren ist nun wie folgt. Am Anfang des Spiels stellen die beiden Spieler ihre Armeen vor, dann wird gewürfelt, wer die Armee aussuchen darf und der andere Spieler sucht sich dann von den zwei vorgegebenen Szenarien eins aus. Das ist durchaus ein Vorteil, den man nicht unterschätzen darf und so kann man halt auch auf die Auswahl des Gegners, also der die Armee ausgewählt hat, nochmal reagieren. Bis jetzt habe ich für die Idee, für das System sehr viel Zuspruch bekommen und bei dem Testlauf in Hamburg, finde ich, hat das auch ganz gut funktioniert. Deswegen werde ich das auch so umsetzen auf der Deutschen Meisterschaft. Ich denke, es ist Zeit, das alte System da mal ein bisschen zu revolutionieren und diesen enorm großen Vorteil, die der Spieler hat, der sich die Armee aussucht, mal ein bisschen einzuschränken. Das nächste Thema zur Deutschen Meisterschaft viel diskutiert von wenigen, nämlich die legendäre Legion der schwarzen Reiter. Einige sagen, die ist völlig OP, nicht wenige sagen das, mit denen ich gesprochen habe, dass die zumindest sehr, sehr stark sind und ja, dass ich die doch vielleicht banden soll und so weiter und so fort. Meine grundlegende Intention dabei nicht nur die schwarzen Reiter, sondern irgendetwas zu bannen, ist sehr verhalten, sag ich mal. Also eigentlich möchte ich nicht im Vorhinein schon irgendwas bannen, weil ein paar Leute sagen, dass diese Liste sehr, sehr stark ist oder dass irgendwas sehr, sehr stark ist. Auch wenn die Liste auf dem eine oder anderen Turnier schon Erfolge gefahren hat, ist meine persönliche grundlegende Meinung dazu, dass etwas, was sehr, sehr stark ist, nicht von uns frühzeitig restriktiert werden sollte. Denn ich finde es eigentlich schön, dass wenn tatsächlich rauskommen sollte, dass das völlig OP ist oder sehr, sehr stark ist, sagen wir mal so, die Community die Chance hat, hier eine Meta zu entwickeln. Und das könnte ja durchaus sein, dass die schwarzen Reiter sehr gut sind, die schwarzen Reiter sehr oft gespielt werden und man sich dann darauf vorbereitet und Listen mitnimmt, die gut dagegenhalten können. Also in dem Sinne, dass man eine flexible Liste hat. Früher war es mit den geflügelten Schatten ebenso. Jeder hat geflügelte Schatten gespielt, weil die wirklich sehr, sehr stark waren und da hat sich durchaus eine Meta entwickelt oder auch mit dem Nekromanten, der mit den Nazgul kam. Die waren ja zum Anfang eigentlich auch ziemlich stark. Da haben dann viele Galadriel gespielt. Aber am Ende, was die geflügelten Schatten angeht, haben wir dann ja doch gesagt, okay, es gibt nur einen geflügelten Schatten pro Armee. Man darf da nicht mit zwei oder drei auftauchen, weil das nicht nur sehr, sehr stark ist, sondern halt auch den Spielspaß trübt und diese Listen bei diversen Turnieren immer relativ weit oben mitgespielt haben. Auch wenn die Spielweise sehr, sehr schwierig war, also nur für erfahrene Spieler was war. Und es deutet sich so an, dass es mit den schwarzen Reitern genauso sein könnte. Das ist für die Leute, die es nicht kennen, das ist eine legendäre Religion, in der nur die schwarzen Reiter spielen. Die sind alle auf Pferd, alle Briten, alles Helden und im Wesentlichen haben die dann jede Menge Zauber und haben dann auch noch Heldentum, können reiten, können anreiten. Und durch diese ganzen Zauber können die halt gerade mit schwarzem Pfeil und lähmen, können die den Helden extrem gut aus dem Weg gehen und können Helden extrem gut töten. Durch die hohe Verteidigung sind die dann auch noch, ja, ich sag mal, relativ resistent gegen Angriffe und auch gegen Bögen. Das ist schon ziemlich schwierig. Und als Armee-Sonderbonus gibt es auch noch den sogenannten Schrei. Das ist eine automatische, kanalisierte Lähmung, die jeder Reiter einmal im Spiel machen kann. Und wenn man dann 5, 6, 7 von den Reitern dabei hat, dann kann man den krassen Helden, den der Gegner dabei hat, der die Reiter ganz gut rausnehmen könnte, eigentlich das ganze Spiel super krass lähmen und rausnehmen. Und durch die kanalisierte Lähmung wird dann ja auch die Kampfkraft runtergefahren und dann kann man den auch ganz schnell vernichten. Nachteil ist natürlich, dass die Schatten immer nur eine Attacke haben und selbst beim Anreiten sind es 2. Wenn dann natürlich der Nachkampf gewonnen ist, werden es dann 4 Würfel und dann gibt es eine ganz gute Chance, dass da auch Schaden passiert. Ich habe mich schweren Herzens dazu entschieden, diesen Schrei etwas zu nerfen und daraus keine automatische Kanalisierung zu machen. Man sagt diesen Zauber an und man braucht keine Willenskraft dafür ausgeben und es ist eine automatische 6 und für gewöhnlich eine automatische kanalisierte 6. Und ich sage, dass für die deutsche Meisterschaft das nicht kanalisiert gilt. Man kann den Heldentum extra ausgeben, wenn man das möchte, aber ansonsten ist es unkanalisiert. Automatisch eine 6. Weiterhin wird es noch ein Update vor der DM geben und das Update zählt auch für alle Armeelisten, die dann eingereicht sind. Und es gibt schon Gemunkel, bestätigtes Gemunkel, dass die schwarzen Reiter dort auch nochmal genervt werden, denn die schwarzen Reiter lösen sich ja auch, wenn sie keine Willenskraft mehr haben. In der legendären Region verlieren sie übrigens kein Willenskraft im Nahkampf. Und dann kann man sozusagen nach vorne reiten, die Helden töten, in diversen Szenarien dafür sorgen, dass man ein oder mehrere Szenarioziele erreicht hat. Mit schwarzen Pfeilen ist das manchmal ganz, ganz schnell passiert. Und dann zaubert man sich einfach weg und man löst sich auf. Und diese Möglichkeit wird wohl in dem nächsten Update entfernt. Also kann man dann wahrscheinlich sich nicht mehr wegzaubern beziehungsweise nur noch ein Nazgul pro Runde wegzaubern. So ist es, was ich zumindest bis jetzt gehört habe. Das sind die wichtigsten Neuerungen auf der deutschen Meisterschaft. Das waren auf jeden Fall ein paar wichtige Sachen, die oft Fragen aufgeworfen haben. Davon abgesehen wird sich nicht allzu viel ändern. Wir werden mit Sicherheit eine Tombola machen. Es wird riesig fette, abgefahrene und viele, viele Preise geben. Was es vielleicht noch zu sagen gibt, ist, die deutsche Meisterschaft ist teurer geworden. Ja, alles ist teurer geworden, wie ihr wisst. Und ich habe Kompromisse gemacht und den Preis für die deutsche Meisterschaft so niedrig wie möglich angesetzt. Also ich glaube, wenn ich das alles einfach ganz normal nach oben skaliert hätte, mit den zusätzlichen Kosten, die angefallen sind oder anfallen werden, dann wäre es wahrscheinlich noch mal teurer geworden. Aber ich habe versucht, das so weit wie möglich nach unten zu drücken. Gerade die Location ist extrem viel teurer geworden. Und ja, das gilt es irgendwie ein bisschen zu kompensieren. Aber ich habe mein Bestes getan, dass ihr da nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werdet. Weil so ein Turnier ist natürlich schon immer teuer. Mit Hotel, Anfahrt und so weiter und so fort. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die deutsche Meisterschaft. und ich hoffe, ihr seid dabei. Zusätzlich zu T3 und Tourney würde ich auch gerne noch eine WhatsApp-Gruppe gründen für super schnellen Kontakt. Das gab es vorher halt auch noch nicht. Empfinde ich aber als sehr sinnvoll und habe ich bei den letzten kleineren Turnieren, die ich so abgehalten habe, auch in verschiedenen Systemen, habe ich das immer gemacht. Das ist schon sehr praktisch. Wenn ihr die deutsche Meisterschaft supporten wollt, ohne vorbeizukommen, schaut gerne im Sidequest-Store vorbei. Wenn ihr die deutsche Meisterschaft und auch diverse andere Turniere supporten wollt, denn alles, was ihr dort ausgebt, das fließt auch in Turniere. Damit supporte ich auch andere Turniere und natürlich auch die deutsche Meisterschaft. Das ist mir auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Community dort Support und Geldeinsatz praktisch auch unmittelbar zurückbekommt. Als letztes habe ich noch einen wichtigen Aufruf, denn wie ihr wisst, für die deutsche Meisterschaft brauchen wir immer jede Menge Gelände und ich würde das Gelände, so wie wir es jedes Mal machen, gerne noch ein bisschen aufstocken. Wenn ihr vielleicht thematisches, geiles Gelände habt, was ihr noch loswerden wollt oder wenn ihr Bock habt, was zu bauen bis zum September, dann meldet euch doch gerne umgehend unter der eingeblendeten E-Mail-Adresse. Schreibt mich an, ich bin natürlich gerne bereit, das zu vergüten oder vielleicht auch gegen Loot, nicen Tabletop-Mittelerde-Loot zu tauschen und schreibt mir doch gerne, die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind, dass es natürlich relativ gutes und hochwertiges Gelände ist, dass man eine ganze Platte damit bestücken kann, dass es vorzugsweise transportsicher ist. Ich werde das dann wahrscheinlich selber nochmal irgendwie verpacken. Also es muss nicht auf dem Boden schmeißbar sein, so nicht, aber es darf auch nicht bei dem kleinsten Rüttler schon irgendwie was abbrechen oder kaputt gehen. Also es muss schon ein bisschen robust sein und eine ganze Platte ausfüllen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch da meldet und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt zur Deutschen Meisterschaft, schreibt sie in die Kommentare oder schreibt mir gerne eine E-Mail. Ich bin sehr gespannt, wie das mit Toni läuft und werde euch natürlich von der Deutschen Meisterschaft Bericht erstatten, auch per Video die Platten zeigen und wie ich das sonst auch immer mache. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video oder auf der DM. und deswegen die Deutsche Mannmeisterschaft.